Willkommen zurück bei diesem Irren Spiel. Wir haben gerade die Flucht geschafft vor diesen zwei irren Typen und sind hier rüber gesprungen mit einem gekonnten Jump und jetzt geht es hier weiter. Irgendwie. Achso, guck mal, hier geht es links weiter. Ja, dann machen wir das doch mal. Mal gucken, ob es inzwischen eine neue Notiz gab. Nein, das war ganz schön gestört. Nein, nein. 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 I'm down there. You're not one of them, are you? Quick, get in the dumbwaiter if you want to live. Goddammit! Neither did I choose here, buddy. Hey, you're the bullshit priests guy, aren't you? As a witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You'll do a martini lunch? I have a little confab, blah, blah. Hellier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, iron some legs inside the car at all times. Okay, kann ich mich umgucken? Ja, kann ich. Boah, da fängt die Aufnahme direkt mal wieder mit so einem Stress an. Was ist das für ein Doktor? Ist das der Doktor Wernicke? Exakt. All right, here. Go on, run for us. I didn't know, hurry. No? It's a tezion house. Those are the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Okay then, right this way. Hmm, 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 hmm. Was hat der mit mir vor? Oh. Ach du Scheiße. Mach nicht die Batterie leer. Ich bin ein bisschen Angst, wie viel Zeit mit dem Vater und Martin zu spenden. Ich hoffe, dass du ihn nicht mit diesem... ...Holier-than-thou-Bible-thumpen hast. Hey! Keine Ahnung, aber ich manchmal... Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen Angst. Wenn Menschen Angst haben, werden sie Angst haben. Wenn Menschen Angst haben, werden sie Angst haben. Gott ist mit dem Goldstandard. Wir sind in einem mehr konkreten Ort. Sie müssen Paul holen. Aber Peter ist kein anderes Weg. Die Verzüge ist das einfachste. Aber was passiert, wenn alles Gute ist? Wenn alles Gute ist. Das ist das, was ich hier für. Ich bin ja abgeschnitten. Ach du Scheiße. Du Schande. Meine Finger lecken mich am Arsch. Ja, hopp. Das ist wohl das Mindeste, was ich mal tun kann. Aber Hauptsache die Kamera wieder mitnehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will hier raus, ne? Ich will hier raus, ne? Ich bin kein Künstler. Ich bin ein Patient. Ich bin ein Patient. Ein Patient, wie ihn. Wie Jäger. Und er hat sich die Gene. Und er ist noch nicht жив. Lauf, 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 jetzt. Ein Schlüssel ist notwendig. Hoch. Oh. Ich kann mich schon mal in Sicherheit wägen, zumindest. Das ist der gestörte... Muss ich denn jetzt lang? Das ist aber ganz schön gestört hier alles, oder? Meine Fresse, du. Da ist er ja, da ist er ja, da ist er ja. Hm, tolles Versteck. Oh mein Gott, Leute. Wo ist er denn? Mein armen Finger. Scheiße, Scheiße. Soll ich jetzt hier aufstehen, oder soll ich hier liegen bleiben? Am liebsten würde ich hier... Ey, diese Geräusche die ganze Zeit. Äh, ich kann jetzt nicht aufstehen. Ich bin ja vor Angst wie gelähmt. Scheiße. Ich bin ja vor Angst. Ich bin ja vor Angst. Ich bin ja vor Angst. Alles ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Da ist er ja. Er hat ja gar nicht gesehen, dass ich hier reingegangen bin. Okay, er kommt nicht hier rein. Das ist schon mal interessant. Meine Fresse. Da wird man ja wahnsinnig, oder? Aber ich muss hier raus. Kann der Typ auch mal abhauen? Das ist schon mal weggehen, oder? Ich laufe jetzt einfach. Ich laufe jetzt einfach. Okay, hier kann ich nicht lang. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Hallo? Wo zum Henker muss ich denn hier langen? Ach ja, ich brauche diesen komischen... Was weiß ich schon... Scheiße. Scheiße. Lauf doch. Es sieht schlecht aus für mich. Was muss ich denn hier tun? Was muss ich tun, Mann? Du hast mich nicht gesehen. Erhol dich erstmal wieder. Ach, scheiße, ey. Wo muss ich denn diesen Schlüssel holen? Weg ist er. Was ist er. Ah, guck mal, eine Tür Interessant So, da höre ich auf jeden Fall Wenn jemand kommt Achso Geht es gar nicht weiter, oder was? Wo ist denn dieser Schlüssel? Den ich hier besorgen muss Dieser Aufzugsschlüssel Könnte der nicht jetzt mal hier irgendwie in der Nähe sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute Scheißdrecke Boah, Leute Wir schleichen es mal Leise hier herum Ich muss halt wissen, wo es diesen Schlüssel gibt Der liegt in einem fixer Tür Eigentlich ein Teil Um Knochen ruhig zu stellen Aber hier muss doch irgendwo etwas sein Womit ich den Aufzug bedienen kann, ne? Diese Geräusche machen mich verrückt Ah, seht mal Ich kann hier durchrennen Okay, das ist schon mal Sehr interessant zu wissen Aber wo zum Henker ist dieser Schlüssel? Dieser Aufzug Kram Ich werde mich jetzt gleich einfach mal töten lassen Würde ich sagen Und dann sehe ich ja, was Sache ist Ich werde mich jetzt nicht mehr Ich werde mich jetzt noch zu tun Ich werde mich jetzt nicht mehr Und dann bin ich jetzt Das war's für heute. Ich weiß ja gar nicht, ob der bis hier hinten in die Ecke kommt. Puh, Leute. Tut mir leid, dass ich jetzt so schweigsam bin. Und nicht viel zu erzählen habe, aber ich würde mal sagen, es ist ein bisschen aufregend. Tja. Vielleicht muss ich dieses Teil ein bisschen verschieben. Ja, das wird noch eine Maßnahme, oder? Leck mich! Scheiße! Hey, niemand mag einen Quitter. Scheiße! Oh, mein Gott, Leute. Das hält doch kein normaler Mensch aus. Schlüsselnotwendig. Schlüsselnotwendig. Pju. Ah! Es ist wo? Ach, hier bin ich. Boah, scheiße. Ach, hier kam ich doch gerade eben raus. Danke. Pfff. Wo finde ich denn dieses Tal? Das ist echt eine gute Frage jetzt. Also hier bin ich... ...am Anfang rausgekommen. Nö. Da muss ich hin. Hm? Okay. Was soll ich denn machen? Besten Messer, ich würde den am ehesten killen oder so. Ich warte jetzt einfach, bis der hier vorbeigegangen ist und dann begebe ich mich ganz schnell... Ne, Quatsch. Ich gehe am besten einfach genau hier hinten lang und wenn er ganz an der anderen Seite ist... Was? Was? Was ist denn jetzt los? Nein! Zum Henker nochmal. Wie hat er mich denn jetzt hier gesehen? Komm, laufe einfach mal. Find diesen blöden Schlüssel, Junge. Da kann ich also nicht durch. Okay, aua. Geh einfach hier durch. Haha. 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 Puh. Okay. Oh Gott. Das macht mich echt fertig, dieses Spiel hier. Pah. Es wurde gespeichert. Das heißt, ich bin schon mal auf dem richtigen Weg, oder was? Oder bin ich jetzt wieder hier, wo ich eben schon war? Ah, ne. Bin ich nicht. Gut. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wir sind offenbar auf dem richtigen Weg. Vielen Dank fürs Zusehen, auch wenn ich nicht viel erzählt habe. Aber... Bis zum nächsten Mal. Ciao.